Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie wir mit einer ganz normalen Kamera und diesem schniegen Objektiv die Andromeda-Galaxie fotografieren und so ein finales Bild, was ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt, bearbeiten. Viel Spaß! In der Deep-Sky-Fotografie fotografieren wir Objekte im Universum. Was gibt es dort für Objekte? Das sind einmal Galaxien, wie unsere Nachbargalaxie Andromeda. Für diese reicht eine ganz normale Kamera. Dann gibt es Emissionsnebel, wie beispielsweise der berühmte Orionnebel oder der Fertekopfnebel, hat bestimmt jeder von euch schon gehört. Dort benötigen wir eine infrarotmodifizierte Kamera und dann gibt es Reflexionsnebel, wie beispielsweise die Plejaden. Dort reicht auch eine ganz normale Kamera. Heute beschäftigen wir uns mit der Andromeda-Galaxie. Was benötigen wir dafür? Wir brauchen eine sehr große Brennweite. Irgendwas im Bereich von 500 bis 800 mm. Wir haben 600 mm. Um lange Belichtungszeiten mit hohen Brennweiten ohne Sternenspuren zu ermöglichen, benötigen wir auf jeden Fall eine Sternennachführung. Die Sternennachführung gleicht die Rotation der Erde aus. Wie man so eine Sternennachführung ausrichtet, zeige ich euch jetzt. Zuallererst benötigen wir ein Stativ. Ich empfehle ein stabiles Stativ, weil wir mit 600 mm und einer großen Kamera viel Gewicht drauf haben. Und Stabilität ist für die Deep-Sky-Fotografie immer wichtig. Wir müssen das Stativ nivellieren. Dafür haben wir meistens eine Wasserwaage am Stativ und dann kommt der Startwecker schon drauf. Jetzt folgt die grobe Ausrichtung des Startweckers. Auf der Nordhalbkugel haben wir das Glück, dass das Drehzentrum genau auf dem Polarstern ist. Das heißt, wir müssen unsere Sternennachführung nur auf dem Polarstern ausrichten und dann haben wir die Erdrotation auch schon ausgeglichen. Für die Ausrichtung des Polarsterns müssen wir den Polarstern finden. Der ist sehr einfach zu finden, indem wir zum einen Kasupaya suchen, auch das Himmelswee bezeichnet. Hier deutlich zu sehen an den hellen Sternen, die eine Form eines Wees bilden und den großen Wagen, den jeder von euch kennt. Und genau dazwischen, der hellste Stern, ist unser Polarstern, wo sich alles drum herum dreht. Wir richten ganz grob die Nachführung aus und beginnen dann speziell mit der genauen Ausrichtung der Nachführung. Um die Sternennachführung noch genauer einzustellen, benutze ich eine CCD-Kamera, die ich mit dem Rechner verbinde, mit dem Laptop. Das ist der Polemaster und über eine geeignete Computersoftware lässt sich dann der Star-Trigger ganz genau auf dem Polarstern ausrichten. Für 600 Millimeter sehr wichtig, aber ihr könnt auch mit einem ganz normalen Fernrohr, was es zu jeder Sternennachführung gibt, das einigermaßen genau ausrichten, dass es ausreicht. Ich will es eben bis zum letzten Detail machen. Und wenn wir zufrieden sind mit unserer Ausrichtung, nehmen wir die CCD-Kamera oder wenn ihr ein Fernrohr benutzt habt, das Fernrohr ab und montieren die Kamera und das Objektiv auf den Star-Trigger. Da die Kamera und das 600 Millimeter-Objektiv ziemlich groß und schwer sind, benutze ich Gegengewichte, um den Motor der Sternennachführung ein wenig zu entlasten und somit eine genauere Nachführung zu ermöglichen. Als nächstes richten wir die Kamera auf unser Deep-Sky-Objekt, auf unser Objekt, das wir fotografieren möchten. In unserem Fall Andromeda. Wie finde ich Andromeda? Ich benutze die App Selarium, hier eingeblendet, um genau zu wissen, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Uhrzeit, an welchem Ort Andromeda wo steht. Für Andromeda und Deep-Sky-Fotografie allgemein empfehle ich höhere ISO-Werte, da wir schwach leuchtende Objekte im Universum fotografieren. Ich empfehle etwas zwischen 800 und 1600 zu wählen bei der Sony A7 III und auch bei der Sony A7R III. Als Blende wähle ich F4, da mir dieses Objektiv das als maximale Blendenöffnung gibt. Und ich möchte so viel Licht wie möglich haben. Als Belichtungszeit empfehle ich so viel wie möglich, so viel wie unsere Sternennachführung hergibt, ohne dass die Sterne Sternspuren machen. In meinem Fall ist das gerade eine halbe Minute, aber man kann das auch teilweise bei genauer Einordnung der Sternennachführung bis zu zwei, vier Minuten schaffen. Aber ist dann auch gestört von Windböen oder von anderen Einflüssen. Deshalb empfehle ich da ein gutes Mittemaß zu finden zwischen einer halben Minute und einer Minute ungefähr. Und wenn wir alles eingestellt haben, machen wir so viele Fotos, wie es nur geht. So viele Fotos ohne Wolken, ohne Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wenn es Nacht ist. Und je mehr Fotos wir haben, desto besser ist unser Endergebnis. Ich empfehle euch dafür, einen externen Tröcker zu benutzen, eine externe Fernbedienung, um diese Fotos automatisiert zu machen. So, wir sind jetzt fertig mit Shooten, weil es schon hell geworden ist. Die Sonne geht hinter uns auf. Trotzdem müsst ihr daran denken, die Dark Frames und die BIOS Frames zu machen. Die Dark Frames macht ihr, indem ihr die gleichen Settings benutzt, wie eure ganz normalen Fotos, die ihr gemacht habt. Nur Decke drauf, alles ist dunkel, 10 bis 20 Fotos reichen. Und bei den BIOS Frames, gleiche Blendenzahl und auch gleichen ISO, aber die kürzeste Verschlusszeit, Decke drauf und auch 10 bis 20 Fotos reichen. Und als nächste Frames, um die Wignettierung rauszurechnen, die das 600mm Objektiv mit F4 auf jeden Fall macht und auch viele andere Objektive, benutzt ihr Wide Flat Frames und Dark Flat Frames. Wie macht ihr Wide Flat Frames? Ihr tut ein T-Shirt auf eure Linse, nehmt die gleichen ISO-Werte, die gleichen Blendenzahl und versucht das Histogramm ungefähr medisch auszurichten und macht ein Foto in Richtung Himmel. Für die Dark Flat Frames macht ihr wieder den Verschluss drauf und nehmt die gleichen Settings wie für die Wide Flat Frames. Auch hier reichen 10 bis 20 Stück. So, jetzt gebe ich euch einen kleinen Einblick in meine Bearbeitungsschritte, wie ich die einzelnen War-Bilder zusammenstacke, wie ich das Bild farbkalibriere, wie ich eine Background Substraction mache und noch einige Photoshop-Aktionen durchführe, um das finale Image zu erzeugen. Viel Spaß! Zum Stacke der Aufnahmen benutze ich die Software Astro Pixel Prozessor. Diese Software bietet uns die Möglichkeit, einen vollautomatisierten Stacking Prozess zu haben, der ganz einfach zu einem schönen Ergebnis führt. Zuallererst laden wir unsere einzelnen War-Frames in das Programm, indem wir die auswählen. Ganz einfach immer OK drücken. Für ein erfolgreiches Stacking mit Astro Pixel Prozessor brauchen wir die Light Frames, also unsere Einzelframes, die wir von Andromeda gemacht haben. Die laden wir hier hinein. Dann brauchen wir unsere Flat Frames, die wir auch schon vorher gemacht haben, um die Vignetierung zu reduzieren, die unsere Linse macht. Wir brauchen die Dark Frames, um das Sensorrauschen zu eliminieren, zu minimieren. Wir brauchen die Dark Flats, um auch Hotpixel zu minimieren. Und wir brauchen die BIAS Frames, um Auslöserrauschen, was jede Kamera, jeder Sensor hat, zu minimieren, zu reduzieren. Und wenn wir das alles gemacht haben, überspringen wir alle anderen Punkte, gehen auf Integrate. Und jetzt rechnet der einige Minuten bis Stunden und zeigt uns dann das fertige, gesteckte Ergebnis an. Das Ergebnis ist beeindruckend. Wir sehen den Kern von Andromeda, wir sehen die einzelnen Nebel schon. Und wenn wir das jetzt mit dem Einzelbild, mit dem Einzelrohrbild vergleichen, ist das Ergebnis gigantisch. Was wir jetzt als nächsten Punkt machen müssen, ist, dass wir den Hintergrund von der Lichtverschmutzung, die wir immer noch haben, durch die Atmosphäre bereinigen. Das machen wir mit dem Punkt Remove Light Pollution. Und jetzt müssen wir fünf Boxen auswählen, wo wir reinen Weltraumhintergrund haben. Was heißt reiner Weltraumhintergrund? Einfach Hintergrund ohne Nebel, ohne Emissionsnebel, wo wir nur Sterne und Weltraum haben. Das habe ich hier ganz schnell gemacht, ist bei Andromeda einfach. Wir klicken auf Calculate und dann rechnet uns Astro Pixel Prozesse schon vollautomatisch die Lichtverschmutzung weg. Und subtrahiert in Fachtermini ausgedrückt den Hintergrund. Hier seht ihr das, der Hintergrund ist deutlich dunkler geworden. Andromeda ist deutlich präsenter, deutlich heller. Der Kontrast hat sich gesteigert und wir klicken auf OK und Save und haben das fertige Bild. Nachdem wir die Lichtverschmutzung minimiert haben, ist eine Farbanpassung notwendig. Wie wir hier sehen, ist Andromeda noch sehr blau. Wir haben ganz viele Regler rechts am Programm. Wir können die Saturation von 15 auf 30 anheben, einfach nur um die Farbanpassung besser zu sehen. Hier sehen wir nochmal, wie blau das ist. Wir drücken auf Neuen, Tools, Calibrate Star Colors, um eine Farbanpassung zu machen. Das Programm Astro Pixel Prozesse hat Kalibrationsdaten, die Sterne in Abhängigkeit von der Leuchtkraft und von der Größe klassifiziert. Und dadurch können wir einfach die richtige Farbtemperaturanpassung unseres Gesamtbildes erreichen. Wie machen wir das? Wir suchen uns Bereiche, ein bis zwei Bereiche reichen aus, wo wir ganz viele verschiedene Sterne haben. Am besten ohne Nebel. Hier links und rechts von Andromeda. Wir machen Black Body und Extinction als Modell und drücken auf Calculate. Dann rechnet er das automatisch auf. Hier sehen wir die Kalibrationsdaten, die Kalibrationsgrade. Und hier sehen wir das farbkalibrierte Bild, das ist jetzt etwas gelb. Wir können da hineinzoomen. Wir sehen auch hier schon den blauen Ring von Andromeda und sehen, wie die Farben hier schon sehr gut rüberkommen. Der Mitte Teil in die gelbliche, violette Richtung und die Außenbereiche von Andromeda blau. So ist die Farbanpassung schon sehr gut getroffen. Wir haben schon ein sehr gutes Ergebnis erhalten und wir können das jetzt speichern mit OK und Save. Jetzt haben wir alle Prozesse in AstroPixel Prozesse erfolgreich durchgeführt. Wir haben die Lichtverschmutzung entfernt und wir haben eine erfolgreiche Farbkalibrierung gemacht. Und jetzt können wir das speichern als TIF und können das in Photoshop importieren und noch ein paar Aktionen machen. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Bild. Hier haben wir das Bild in Photoshop hineingeladen und als Vergleich habe ich nochmal das Warbild dazugefügt. Was ihr hier sehen könnt, das ist Andromeda, wie wir das aufgenommen haben. Und das ist der Stack von über 180 Bildern. Und der Unterschied ist gigantisch. Wie die Farben herauskommen, wie die Sterne herauskommen, wie die ganze Galaxie herauskommt, ist fantastisch. Und jetzt bearbeiten wir das noch ein bisschen, dass es noch schöner aussieht. Ich habe die Original-Ebene, kopiere diese Ebene und das Allerwichtigste zu Anfang an ist das Farbrauschen zu entfernen. Was ihr hier sehen könnt, das mache ich, indem ich auf Filter gehe, auf Camera-War-Filter und hier das Farbrauschen auf etwa 50 wähle. Hier seht ihr den Unterschied ohne Farbrauschen. Mit den Farbrauschen entfernt. Und das ist der allerwichtigste Punkt. Ich kopiere mir die Ebene nochmal und gehe nochmal in den Camera-War-Filter und versuche das Zentrum von Andromeda etwas nach unten zu drehen, indem ich den Lichterregler ein wenig nach unten verschiebe. Ihr seht, das Zentrum kommt wieder ein bisschen besser raus. Was können wir noch bei dem Bild machen? Das sind wirklich die ganz grundlegenden Sachen, die ich euch hier zeige. Wir können eine Tonwertkorrektur machen, damit wir den Space noch dunkler machen, noch schwärzer. Man sieht, hier sind alle Informationen enthalten in dieser Kurve. Wir können das jetzt hier ein bisschen nach unten ziehen. Ihr seht, der Weltraum wird wieder ein bisschen schwarz. Wir können hier das vielleicht ein bisschen noch heller machen. Wir haben jetzt die Tonwertkorrektur angepasst. Wir könnten hier gleichzeitig noch ein bisschen mehr das ins Rot verschieben. Und hier noch ein bisschen das Blau, damit mir persönlich die Galaxie so besser gefällt. Aber das ist eben, wie schon gesagt, Geschmackssache. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nur, ich zeige euch einfach nur ein Beispiel. Was fällt mir noch auf? Es sind sehr viele Sterne noch hier in dem Bild. Jetzt wäre das recht schön, die Sterne zu verkleinern. Wie machen wir das? Da gibt es coole Aktionen. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Könnt ihr euch irgendwo im Internet mal belesen. Ich zeige euch das jetzt alles händisch. Wir müssen jetzt, um die Sterne zu verkleinern, die Sterne auswählen. Wir gehen auf Auswahl. Wir gehen auf Farbbereich und wählen jetzt hier unsere Sterne aus. Wir wählen einfach hier mal einen hellen Stern aus. Wir wählen hier einen hellen Stern aus. Wir wählen hier auch einen hellen Stern aus. Hier auch noch an dieser Seite und an der Seite. Wir haben die Auswahl getroffen. Wir drücken auf OK. Hier wird das jetzt angezeigt, dass wir die ausgewählt haben. Wir können das noch etwas erweitern. Sagen wir hier einfach als Erfahrungswert 5 Pixel. Die Auswahl erweitert um 5 Pixel. Und können jetzt noch die Kanten ein bisschen absmoven mit weichen Auswahlkanten. Um 1 Pixel reicht dann einfach. Können diese Maske auf unsere kopierte Ebene legen. Und können dann mit Filter, beispielsweise mit dunklen Bereichen vergrößern, die Sterne reduzieren. Was man jetzt hier genau für einen Radius einstellt, das ist bei jedem Bild unterschiedlich. Wählt ihr den Radius zu hoch, habt ihr Artefakte. Schwarze Fringes, schwarze Punkte, die nicht cool aussehen. Wählt ihr den zu niedrig, passiert dann eben nichts. Wir wählen ihn jetzt einfach mal auf 1,7. Wenden den an. Das dauert ein bisschen. Und jetzt sehen wir hier den Unterschied. Viele Sterne, wenig Sterne. Was wollen wir nicht? Wir wollen nicht, dass der Nebel an Leuchtkraft verliert. Deshalb könnten wir jetzt hier noch ganz schnell mit einem Pinsel ganz fix vielleicht Antromeda noch ein bisschen demaskieren. Wenn das euch immer noch zu viele Sterne sind, könnt ihr die Ebene oder den Filter, den wir gerade verwendet haben, nochmal kopieren. Indem ihr das hier auf das Plus schiebt. Vielleicht nochmal auf das Plus. Und ihr seht, wie das nochmal weniger wird. Und somit haben wir jetzt Antromeda mit deutlich weniger Sternen erzeugt. Was können wir noch machen? Wir könnten eine lokale Kontrasterhöhung machen. Wie machen wir eine lokale Kontrasterhöhung? Wir gehen auf Gradationskurven und wählen mit den Auswahlreitern, hier mit diesem Handschuh, wählen wir einfach einen dunklen Bereich aus und einen hellen Bereich im Bild. Wir wählen unsere Kontrastanpassung, also die typische S-Kurve, die Kontrastanpassung. Und schwuppdiwupp haben wir einen höheren Kontrast in dem Bild. Und das waren die grundlegenden Sachen. Was wir jetzt in den paar Minuten erreicht haben, seht ihr hier. Wir haben das Farbrauschen entfernt, wir haben den Tonwert korrigiert und wir haben die Sterne minimiert. Jetzt stört mich an der ganzen Sache noch hier dieser gelb-grüne Schimmer. Den kann ich noch ganz leicht entfernen mit einer Farbtonkorrektur. Gehe hier auf die Farbe und drehe das ein bisschen in das Rötige über. So in etwa. Vielleicht ein bisschen weniger. Und bin dann recht zufrieden mit dem Bild. Hab das live innerhalb von ein paar Minuten bearbeitet. Hab euch die Basics gezeigt. Und wenn ihr noch etwas mehr Zeit investiert, könnt ihr beispielsweise dieses Ergebnis erreichen. Mit den gleichen Rohdaten, mit den gleichen Rohrbildern. Aber das live gezeigt, ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Comments. Bis zum nächsten Mal.